Und dazu ist jetzt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Studio. Einen schönen guten Tag, Herr Präsident. Grüß Gott. Herr Sobotka, die FPÖ hatte am Freitag im Plenum geschlossen, keine Maske auf, obwohl die Maskenpflicht für Abgeordnete seit Mittwoch in der Hausordnung steht. Was machen Sie jetzt? Ich habe am Anfang der Sitzung gebeten, dass die Anordnung, die ich aufgrund der Hausordnung erlassen habe, auch befolgt werden soll. Es war eine Abgeordnete, die die Maske getragen hat und der Präsident Hofer. Aber der Großteil der Abgeordneten der FPÖ hat es nicht getragen. Das ist richtig. Daraufhin hat es eine Diskussion gegeben zur Geschäftsordnung. Und da ist der Vorschlag gekommen, dass die Geschäftsordnung des Nationalrates doch geändert werden soll. Und mir, wenn man die Hausordnung verletzt, ein Bußgeld verlangt wird. Ich warte jetzt auf den Vorschlag der Parteien, wenn sie die Geschäftsordnung ändern. Sonst kann ich immer wieder nur erinnern, dass die Hausordnung einzuhalten ist. Aber es wäre ja wahrscheinlich gar nicht notwendig, die Geschäftsordnung zu ändern. Ich habe mit zwei Verfassungsjuristen gesprochen. Die haben mir gesagt, sie hätten zwei Möglichkeiten, weil sie haben eine Verordnungsvollmacht und können innerhalb ihres Bereiches Geldstrafen erteilen. Das wäre die erste Möglichkeit, die sie haben, laut den zwei Verfassungsjuristen, mit denen ich gesprochen habe. Plus im Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates § 102 heißt es, wenn jemand den Anordnungen des Präsidenten, also Ihnen, nicht Folge leistet, gibt es einen Ordnungsrufen, wenn man sich dem dreimal widersetzt, dann können Sie diesem Abgeordneten das Wort entziehen, und zwar für die komplette Sitzung. Schauen Sie, das ist ein sehr komplexer Vorgang. Und wenn er praktisch keine Maske trägt, dann hat er sich nicht zu Wort gemeldet. Dann gibt es die Diskussion, ja, Sie können mir nicht das Wort entziehen, weil ich mich ja noch nicht gemeldet habe. Das ist ein permanentes Hin und Her. Da hat die Geschäftsordnung sicherlich einige Unebenheiten, die man eben auch mit diesem Bußgeld, so wie es in Deutschland und in anderen Parlamenten üblich ist, dementsprechend ergänzen möchte, um eine Durchsetzung der Anordnung im Rahmen der Hausordnung auch schlussendlich durchsetzen zu können, beziehungsweise zu sanktionieren. Für uns geht es einfach darum, was macht das für ein Bild. Herr und Frau Österreicherin müssen sich an all das halten. Und hier wird die Politik von einigen wenigen in Geißelhaft genommen. Dann heißt es, die Politiker halten sich nicht dran. Das ist kein Bild, das wir in der Öffentlichkeit abgeben wollen. Aber nochmal die Frage, diese beiden Verfassungsjuristen, Heinz Mayer und Alfred Noll, haben gesagt, dass das auch ohne eine Änderung der Geschäftsordnung ginge. Wie gesagt, ich habe es vorhin skizziert. Sie haben zwei zitiert, die oftmals dementsprechende Meinungen haben. Unser rechtswissenschaftlicher Dienst hat mir gesagt, ich habe nicht wirklich eine Möglichkeit, aber ich werde es nochmal prüfen lassen, ob auch diesbezüglich eine Möglichkeit besteht. Bei unseren Erkenntnissen war das bisher nicht möglich, das umzusetzen. Das sind natürlich juristische Spitzfindigkeiten, die dann manches auf den Spitze treiben, die letztendlich der Sache nicht dienen. Wir haben uns jetzt gerade in der Pandemie um andere Dinge zu kümmern. Und das österreichische Parlament, Nationalrat und Bundesrat haben gezeigt, dass sie handlungsfähig sind, dass sie viele Sitzungen machen, vieles vorberaten, vieles diskutieren. Und da soll es sein, nicht an Hausordnungsthemen, und Geschäftsordnungsthemen letzten Endes hängen zu bleiben. Was würden die Firmen sagen, was würden die Schulen sagen, was würden die Familien sagen, wenn wir ewig um diese Maskendiskussion uns bemühen würden? Aber ganz prinzipiell, okay, wenn man jetzt wirklich die Geschäftsordnung ändern müsste, wären Sie persönlich dafür, dass das passiert und dass dann diese Abgeordneten eine Strafe zahlen müssen? Ich glaube, dass wenn man die Durchsetzung der Geschäftsordnung und der Hausordnung als das ernst nimmt, dann muss es auch einen Sanktionsmechanismus geben. Wenn so ein wirklich provokantes Verhalten auftritt, denn es ist ja durch niemanden zu verstehen, im Supermarkt trägt der Herr Kickl eine Maske und im Parlament nicht, dann ist das nur eine Provokation. Und ich glaube, das kann sich der Gesetzgeber als Gesamtes auch nicht gefallen lassen. Ich möchte zum Untersuchungsausschuss kommen. Herr Sobert, gerade das Versprechen von Sebastian Kurz war ja, mit einer türkisen Regierung wird es einen neuen Stil geben. Sind diese ganzen Chats aufgetaucht? Die, würde ich meinen, ein anderes Bild zeichnen. Gefällt Ihnen dieser Stil? Ich glaube, man muss es in einem größeren Zusammensang sehen. Der neue Stil war ganz dezidiert in allererster Linie darauf ausgerichtet. Und Sie können sich erinnern an die Wahlkämpfe 2017 und 2019 und auch schon davor. Dass man nicht in das Dörte in Kampagnen geht, nicht die anderen anpatzt, nicht die anderen mit Untergriffen versieht. Ich glaube, das hat die ÖVP, meine Fraktion, bis heute auch durchgehalten. Und es ist auch notwendig, das zu tun. Das ist in der Auseinandersetzung auch mit den politischen Mitbewerbern. Das, was in den Chats aufgetaucht ist, und das ist ja vielfach dokumentiert, das ist auch nicht die Diktion, die wir im Nachhinein unterstreichen würden. Und auch die, die es geschrieben haben, nicht zu sehen, sondern auch aus Emotionalität, aus vielen anderen Dingen heraus so gefallen ist. Es ist aber eines zu bemerken, Frau Salzer. Wenn Sie private Nachrichten oder Nachrichten, die einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dann an das Licht der Öffentlichkeit zerren, wo Sie keinen Zusammenhang haben mit der Aufklärung. Denn wer zu wem steht und wer welches Emoji schickt, hat wirklich in der Öffentlichkeit eigentlich nichts zu tun und wäre ganz privat als solches oder vertraulich zu behandeln. Wenn das Briefgeheimnis, das wir dort wirklich erkämpft haben, so sträflich missachtet wird, dann fragt man sich, wo ist die Europäische Menschenrechtskonvention mit dem Artikel 8, der bei uns in der Verfassung steht. Das ist nämlich die andere Seite. Es gibt sicherlich ein Bild, das wir als solches ja nicht sehen wollen, weil es ja auch nicht eines, das durchgängig ist. Es ist auch als solches da und dort passiert. Aber ich glaube schon, man muss den Rahmen sehen, unter welchen Voraussetzungen das passiert ist. Das ist keine Entschuldigung, sondern es ist eine nüchterne Feststellung. Apropos Entschuldigung. Finden Sie, dass sich Bundeskanzler Kurz bei der Kirche entschuldigen sollte für die Jets, die da zwischen Thomas Schmid und ihm hin- und hergegangen sind? Ich glaube, dass man grundsätzlich das Verhältnis zur Kirche immer im persönlichen Gespräch ordnet. Ich weiß, dass das vielfach getan wird vom Bundeskanzler und auch von anderen Repräsentanten, auch von mir. Und diese Dinge passieren so, wie sie zu passieren haben, auch in persönlichen Gesprächen. Aber in den Medien gab es vor zwei Tagen den Herrn Schiebker, der gesagt hat, das Vertrauen ist erschüttert. Ich denke, dass an einem Punkt das zu messen, wie jeder das bewertet, sei in einem eingestellt. Man wird sich bemühen und die Kirchen in Österreich, es ist ja nicht nur die katholische Kirche, sondern es gibt ja viele andere Kirchen auch noch, sind für uns ein ganz wesentlicher Partner im politischen und zwar im gesellschaftspolitischen Umfeld. Und auf die wird es immer wieder notwendig sein, nicht nur zuzugehen, sondern auch sich auseinanderzusetzen. Da gibt es einmal eine Enttäuschung, ein Auf und ein Ab. Ich möchte nicht wissen, wenn ich alle persönlichen Nachrichten, die unter Bischöfen oder unter Priestern oder im Vatikan öffentlich mache, was wir dann für ein Bild haben. Ich glaube, man sollte das doch sehr nüchtern betrachten und sollte wieder zu einem gemeinsamen, gesamten, für die Gesellschaft insbesondere, zurückkehren. Eine Abschlussfrage noch. Die Neos wollen, dass U-Ausschüsse öffentlich ausgestrahlt werden, damit sich eben Interessierte vielleicht ein persönliches Bild machen können. Was sagen Sie denn zu diesem Vorschlag? Grundsätzlich, glaube ich, muss man über die Verfahrensordnung des Untersuchungsausschusses reden und auch diskutieren. Da kann das mit ein Thema sein. Es sind viele Punkte. Es ist nicht der eine allein. Denken Sie nur an die Diskussion des Vorsitzes. Denken Sie nur an die Diskussion der unterstellenden Fragestellungen. Dass es permanent eigentlich als ein Strafgericht missbraucht wird, dass Meinungen festgestellt werden, die als wahr schon angenehm werden, die sich dann allesamt eigentlich als falsch entpuppen. Das mit Anzeigen daraus reagiert. Ich kenne das auch in meinem eigenen Fall. Da wird man angezeigt und läuft ein Verfahren monatelang und man ist angezeigter und dann stellt sich zum Schluss heraus, dass das Verfahren wegen Anfangsverdacht, keines Anfangsverdachts eingestellt wird. Das erfährt man auch nicht direkt, sondern wieder aus den Akten des Untersuchungsausschusses. Schauen Sie, da muss vieles geändert werden, dass wir wirklich das Wesen eines Untersuchungsausschusses im Kern erfassen, Aufklärung der politischen Zusammenhänge und letztendlich der politischen Verantwortlichkeiten. Ganz kurze Antwort bitte, aber U-Ausschüsse öffentlich, ja oder nein? Im Rahmen dieser gesamtheitlichen Situation ist sicherlich das auch ein Thema. Das Interview haben wir vorab aufgezeichnet.